An einem kalten, nebeligen Abend wagte sich eine junge Frau namens Lisa in das verlassene alte Haus am Rande der Stadt. Die Einheimischen sprachen von einem Fluch, der auf diesem Haus lag. Aber Lisa war neugierig und mutig. Zu mutig? Das ist es also. Das verfluchte Haus. Es sieht wirklich so aus, als wäre es seit Jahrzehnten nicht betreten worden. Wer ist da? Hallo? Was war das? Ich sollte besser vorsichtig sein. Lisa! Lisa! Wer, wer ruft meinen Namen? Das ist nicht lustig. Verlass diesen Ort, bevor es zu spät ist. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Koran Ich muss hier raus. Sofort. Lisa rannte um ihr Leben, während die Schreie und das Flüstern des Hauses sie verfolgten. Sie erreichte schließlich die Straße, das Herz hämmernd und die Augen weit aufgerissen vor Angst. Sie hat es geschafft, das Haus zu verlassen, aber der Fluch, er blieb. Das alte Haus wartet immer noch auf den nächsten neugierigen Besucher, denn einmal betreten lässt es dich nie wirklich los. Das Untertitelung des ZDF für funk, 2017